31. Januar 2021 Es ist gar kein Wasser drin. Drei Weiern, St. Gallen. Waffalette? Hoi Waffalette, hoi. Waffalette, schau, da haben sie viel Holz abgeschnitten, siehst du? Hoi Waffalette. Schau mal die fette Bäume da hinten. Das ist der Krottenweier. Genau, das ist der Krottenweier. Hier ist die Sauna auf den drei Weiern. Und da haben sie mal das Holz ersetzt. Öffnungszeiten. Sonntag, 10 bis 20 Uhr. Sauna. Aufgrund der Covid-Situation müssen wir mit der Eröffnung unserer Sauna zuwarten. Gell Waffalette? So. Unendurch. Du gehst einfach hier? Ja, geh mal dorthin. Das ist noch ein bisschen von Eisen. Und da unten ist der Waffalette. Hoi Waffalette. Hoi Waffalette. Hier haben wir das Familienbad drei Liegenden. Du, Waffalette, was ist denn da für eine Stadt? Den Köln. Was? Den Köln. Da, was ist denn da für eine Stadt? Den Köln. Den Köln. Schau, da steht was. Schillerlinde gepflanzt von der dankbaren Jugend. 9. Mai 1905. Schon alt, hm? 1905. Da heisst sie schon. Ja, der Baum ist jetzt schon 116 Jahre alt. Hey Waffalette, was ist da für eine Stadt? St. Gallen. Genau, St. Gallen. Dort hinten wurde ein Baum gefällt. Hier ist die Baugrube. Das Wasser ist abgelassen. Waffalette, geht's gut? Ja. Hoi Waffalette, wie geht's? Gut. Waffalette. Was musst du sagen? And all the best to you.